FMI's Melodie. Musik fürs Herz. FMI's Melodie, Maria Kühne mit Norman Langen. Hallo Norman, wie geht's? Hallo, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wer auftritt, schon nervös? Ja, natürlich bin ich nervös. Also ich bin das erste Mal hier am Flumserberg. Ich habe ja heute auch die Wanderung mitgemacht und wurde wirklich eines Guten bekehrt hier. Die Leute sind recht nett. Aber jetzt natürlich, wo ich sehe, wie voll es hier ist, und zu später Stunde, wie die Leute hier abfeiern, habe ich natürlich schon so ein bisschen Bammel, dass die Leute hoffentlich meine Musik auch annehmen. Ich habe ja viele neue Platten dabei. Wir Schweizer normal machen es so, wir nehmen einen kurzen, dann geht wieder alles. Ja, also bis jetzt muss ich wirklich sagen, ihr seid wirklich richtig nett hier bei euch. Hat dich das verwundert? Nein, also da habe ich in einer Sekunde dran gezweifelt. Aber das ist schon so überschwänglich nett, dass man sich hier wirklich wohlfühlt. Und ja, ich komme immer wieder gerne. Jetzt schon. Hören wir gerne, hören wir gerne. Ja, natürlich. Und Norman, ich habe gehört, gelesen, gesehen, egal, du bist gelernter Schweizer. Ja, richtig. Ich bin gelernter Schweizer. Habe dann später eine Umschulung zum teuer Demenzkranker gemacht. Und habe dann das letzte Jahr eine Sterbebegleitung gemacht. Also ja, und jetzt bin ich Schlagersänger. Also ja, einen Werdegang kann auch nicht jeder sagen, oder? War das mit der Pflege, war das immer dein Wunsch oder bist du da aus Spontanität und Zufall hingekommen? Also mein Wunsch war es eigentlich immer auf der Bühne zu stehen, ja. Schweizer, ja, da hat eigentlich mein Herz dran gehangen. Das Problem war einfach, dass es einfach einen Zeitpunkt gab, wo die Stellen abgebaut wurden, ich keinen neuen Job bekommen habe, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Führerschein hatte. Ja, und dann habe ich gesagt, weil ich kein Typ bin, der auf dem Sofa rumhängt, ja, ich mache einfach mal ein Praktikum in den Heimen. Ja, da kann ich was Gutes tun, ich sehe mal was anderes. Das hat mir dann in dem Demenzhaus bei uns so gut gefallen, dass ich halt direkt gefragt habe, ob ich da eine Umschulung machen kann. Habe das dann auch gemacht und habe dann später eine Fortbildung gemacht zur Betreuung, äh, Quatsch, zur Sterbebegleitung. Und das hat mir natürlich ganz viel gegeben, ja. Also es ist natürlich schön, wenn man den Leuten den Tod so schön wie möglich irgendwie bereiten kann. Ähm, ja, so sind sie zumindest nicht alleine gestorben. Immerhin, und jetzt haben sie dich ja noch auf der Bühne von oben oder woher sie auch schauen. Ja, richtig, so kann man es sehen. Im Prinzip macht sich da ja nicht viel. Natürlich ist das vorher ein ganz anderer Job gewesen, aber da war ich eigentlich dafür, den alten Menschen, die demenzkrank sind, halt das Leben irgendwie noch schön zu machen und zu versüßen und sie zu entertainen und zu unterhalten und noch ein bisschen zu pushen. Hey, du bist noch nicht alt und du schaffst es, ja. Und im Prinzip mache ich das ja jetzt auf der Bühne, ja. Jetzt stehe ich nur halt auf der Bühne und singe und versuche da die Leute ein bisschen zu pushen. Ey, habt Spaß, ne, und jetzt kommt mal aus euch raus. Du bist ein richtiger Sonnyboy, ey. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber ich weiß nicht. Ja. Ja, dann halt. Auf jeden Fall bin ich was braun. Oh ja. Was erzähl ich dir? Egal, lassen wir. Du bist, bevor du zur Deutschland sucht einen Superstar gegangen bist, warst du schon in zwei Bands? Ja, richtig. Also mit 15 Jahren bin ich in die erste Band eingestiegen. Das war eigentlich ein Dance-Act, da habe ich mehr getanzt als gesungen. Das war so eine Art DJ-Bobo, nur dass da der Rapper halt eine Rapperin war und wir Männer waren die Sänger. Und ja, das hat zwei Jahre gehalten. Da waren wir auf dem Vorprogramm von Janelle Biedermann, Rednecks und die ganzen alten Klassikern, ja. Und zwei Jahre später bin ich halt ausgestiegen, da hat sich die Band aufgelöst und dann bin ich halt fünf Jahre in einer Boyband gewesen. Das war natürlich eine ganz andere Welt. Wir haben eigentlich so R'n'B gemacht, ja. So eigentlich US-Style. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, Leute, das ist es nicht wirklich. Ich möchte wirklich bis zu meinem 30. Lebensjahr versuchen, irgendwann Berufsmusiker zu sein, ja. Und mit Jam-Sessions komme ich da nicht weiter. Und deswegen habe ich die Gruppe dann natürlich in gutem Sinne auseinandergegangen verlassen, ja. Und habe dann erstmal Cover-Songs gesungen, ja. Das war Englisch wie auch Deutsch, ja. Ja, Berg, oder? Nein, Jürgen Drews habe ich dann noch nachgesungen. Ah, okay. Und dann irgendwann durch Zufall, ich bin in die Sauna gegangen, hatte mein Laptop dabei, weil ich noch was abtippen musste. Habe dann in der Sonne gesessen und habe mir dann irgendwann gedacht, hör auf ein bisschen im Internet. Und dann kam dieser Button, DSDS bewirb dich jetzt. Ich war vorher, muss ich ehrlich zugeben, kein großer DSDS-Fan, ja, weil so Casting, Marketing, war halt nicht so mein Fall. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn du es nicht probierst, ja, wenn ich wagt, der nicht gewinnt und wie lange willst du es halt noch versuchen. Und, ja, und dann bin ich dann da hin und habe dann tatsächlich den siebten Platz gemacht. Und das mit Schlager. Das mit Schlager, sagst du richtig. Also das ist wirklich eine Leistung. Das kannte man ja eigentlich nicht wirklich sehr bei DSDS. Oder man wusste, man kommt nicht weit mit Schlager. Ist schon so. Ja, schon. Aber ich habe mir gedacht, bis jetzt war nie wirklich ein Schlagersänger dabei. Ja, es gab einmal die Vanessa Neigert, die ja so die 50er und 60er Schiene bedient hatte, was ich extrem gut fand und sehr mutig. Aber von den männlichen Kandidaten war da nie einer dabei, der irgendwie die deutsche Sprache nach vorne gebracht hat. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja dieses Jahr die Zeit. Und es war die Zeit. 2011. Es war dein Sprungbrett in die Karriere. Ja. Also DSDS, da können Leute drüber sagen, was sie möchten. Ich war vorher schon zehn Jahre auf der Bühne. Mich kannte man vorher nicht. Jetzt kennt man mich und das durch DSDS. Das muss man ganz klar sagen. Ja, offen und ehrlich, wie es halt eben ist. Wie sieht es aus? Du bist auf dem Ballermann anzutreffen und in Diskotheken? Ja, also Diskotheken sind dieses Jahr eigentlich sehr rar gesät, muss ich sagen. Jetzt meistens schon so Open Airs. Am Ballermann war ich ja letztes Jahr einmal die Woche. Dieses Jahr nur sechs Mal, weil ich halt schon ausgebucht bin für dieses Jahr. Ich meine, das ist ja auch was Schönes. Ja, dann halt. Ja. Wie geht es mit dir weiter? Wie geht es mit mir weiter? Also meine neue Single kommt jetzt auf den Markt, Feuer in der Eiszeit, werde ich heute Abend auch präsentieren. Dann wird mein neues Album auf den Markt kommen. Heißt 100%Normen, weil da werden keine Cover-Songs mehr drauf sein, keine Neuinterpretationen, sondern nur eigene Songs von mir. Und ja, das macht mich sehr stolz. Das macht mich auch sehr stolz. Ist ja wie Pures Gold. Ein Titel, den du heute bestimmt auch anschlägst, oder? Natürlich. Pures Gold ist mein Baby. Das ist meine erste Single, die wir auf dem Markt haben. Also die werde ich glaube ich noch singen, wenn ich 60 Jahre alt bin. Schön zu hören. Du, ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Genieß es und mach's gut. Ja, euch auch noch viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.